Das ist aber auch ein gewisser Druck da, man darf die Leute natürlich nicht enttäuschen. Es scheint sehr viele Leute daran interessiert zu sein, das macht uns natürlich auch ein bisschen stolz. Ich würde sagen, es ist eine Unique Erfahrung, was Parkway und Heaven Shall Burner sind, dass sie nicht sehen können.